Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das ist AIDA. Ja, unter Seeleuten, da sagt man, der Kopf des Schiffes, der ist auf der Brücke und das Herz, das ist in der Maschine. Aber das Herz des Schiffslebens unserer AIDA-Schiffe, das ist natürlich hier in unserem Theatrium. Ja, und das Theatrium, das war eine große Innovation, denn so ganz einfach ist es nicht, in der Mitte des Schiffes ein Wohnzimmer über drei Decks zu kreieren. Und wie das genau gelaufen ist, das schauen wir uns an in unserer heutigen Folge. Kreuzfahrtschiffe waren ja traditionell so gebaut worden, dass es im vorderen Bereich des Schiffes einen Raum gab, der 20, 30, 40 Minuten für Shows am Abend genutzt wurde und sonst tot war einfach. Und wir haben damals gesagt, das kann doch nicht richtig sein, es muss andere Lösungen geben. Und manchmal kommt ja auch die Inspiration von außen. Und hier kam sie aus Mecklenburg, und zwar aus dem Besuch des Hauses, des Freiherrs von Thünen. Von Thünen war nämlich in Deutschland der Erfinder der modernen Landwirtschaft. Der hatte eine Farm, irgendwo im Tiefst in Mecklenburg, und hat versucht, wissenschaftlich eigentlich zu ergründen, wie er diese Farm strukturieren muss. Das Konzept war ja praktisch, dass sein Farmhaus war eigentlich das Herz der Farm. Und wir haben gesagt, unsere Schiffe müssen eigentlich auch ein Herz haben. Und das war das Theatrium, das haben wir damals entwickelt. Aber die Inspiration kam vom Freiherr von Thünen. Da können wir nur noch dankbar sein, schmiedlich. Und dann ist natürlich so ein Herz, muss natürlich in der Mitte sein. Und das musste natürlich dann auch, dass man öffentliche Bereiche horizontal und vertikal verbindet. Und dann muss es natürlich ein großes Loch haben, weil sonst funktioniert das eben nicht. Da habe ich keine Sichtlinien. Und an der Seite sollte es eben auch groß und offen sein. Es sollte also dieses, dass du diese Verbindung zum Meer hast, also diese Glaswand. Das war uns schon ganz wichtig, dass man also wirklich dicht an der Natur ist. Und dann haben wir diskutiert mit der Werft. Und dann hat die Werft gesagt erst, nee, geht nicht. Und dann sind wir aber so schlecht im Schiffbau auch nicht. Und haben gesagt, könnte man es nicht so, könnte man es nicht so, könnte man es nicht so. Und dann muss man natürlich dann auch eine Werft für die Meierwerft haben, die dann einfach auch an solchen Lösungen interessiert ist und die auch das technische Know-how dafür hat. Und dementsprechend sind dann Lösungen entwickelt. Das Schiff hat ja eine Dehnungsfuge. Wenn man hier oben aufs Deck geht und genau guckt, dann wird man da oben eine Dehnungsfuge sehen. Und wenn das Schiff sich bewegt, geht die Dehnungsfuge auseinander. Also bei richtigem Seegang. Wenn man da Angst kriegt, das bewegt sich um ein paar Zentimeter, das gehört aber dazu. Und bei Innovationen, da fällt mir natürlich die AIDA Nova mit ihrem LNG-Antrieb ein. Darüber sprechen wir beim nächsten Mal, bei Das ist AIDA.